Und Play! Du bist schon leer, hier passiert nichts! Warum geht das? Du musst ein Vierheck drücken, wie start! Vierheck drücken? Da bist du da oben! Hä? Egal, das ist ein Super-Slowmo! Zack! Du siehst hier die Arno Dübel! Arno Dübel hat den Ball! Legt, macht einen Laufpass, obwohl es bei diesem Spiel das gar nicht gibt! Und... Alter, hier, das muss man nochmal hier verhaften! Einen Laufpass bei International Superstar Soccer Deluxe auf dem... Super Nintendo! Beste, wo gibt's? Und hier nochmal! Traumhaft! Und Sally verhaftet den auch! Boah, ey! Der hat den Torwart auspisst! Guck mal, wie er den Ball laufen ist, weil der so schnell angeschnitten ist! Ja, voll ins Eck! Richtig, volles Brett reingeschickt! Alter, das Tor des Monats! Alter, und jetzt nochmal! Hier nochmal, wie Arno das sieht! Arno Dübel, ne? Und jetzt das ganze mal in Schnellablauf, ey! Was ist das für ne hektische Sache, oder? Zack, das ist Normalgeschwindigkeit, was wir spielen! Zack, 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 und dann... Und dann sagt noch einer, wir sind bereit! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!